Einst war er auch hier heimisch. Der Wisent. In Polen ist er längst wieder da. Von dort könnte er auch bald zurück nach Deutschland wandern. Seine Anwesenheit erhöht die Artenvielfalt und hat einen positiven Einfluss auf die Natur. Der Wisent ist eine gefährdete Tierart und steht europaweit unter strengem Schutz. Wir geben unser Bestes, um den Wisent zu schützen und sein Verhalten zu verstehen. Der Wisent ist das größte Landsäugetier Europas. Er kann bis zu 60 Kilometer pro Stunde laufen. Am besten kommt man ihm nicht in die Quere. Aber was tun, wenn man ihm doch mal begegnet? Halte einen Abstand von mindestens 100 Metern ein. Bleibe ruhig und ziehe dich langsam zurück. Der Wisent ernährt sich von ganz bestimmten Pflanzen. Füttern kann ihn krank machen. Er mag es nicht fotografiert zu werden. Ein Selfie mit ihm kann gefährlich sein. Wenn du einen Wisent siehst, melde es den Behörden und markiere den Standort in der App iMammalia. Fühlt er sich bedroht, zeigt er dies mit nervösen Schwanzbewegungen oder Scharren der Hufe. Entferne dich dann unmittelbar vom Ort, aber bleibe ruhig dabei. Wenn du in einem Auto sitzt, halte langsam an und lasse den Motor laufen. Die Fenster kannst du öffnen, aber keinesfalls die Türen. Verlasse niemals das Auto. Wenn du Fahrrad fährst, halte an. Am besten du ziehst dich hinter einen dicken Baumstamm zurück. So kann er dich nicht so leicht erkennen. Die Rückkehr des Wisens in Europas Natur ist etwas ganz Besonderes. Er bereichert Natur, Kultur und Tourismus. Deshalb wollen wir Menschen über die Existenz des Wisens aufklären und Wege für ein Zusammenleben finden. Ihm zu begegnen oder in seiner Nähe zu leben, ist ein einmaliges Erlebnis. Mit ihm gewinnen wir eine einst hier heimische Tierart zurück. Um mehr über die Rückkehr des Wisens zu erfahren, besuche unsere Website. Das Projekt Los Bonassos Crossing setzt sich für die Rückkehr des Wisens von Polen nach Deutschland ein.